Schaut Hamster und Gretel im Disney Channel. Diesen Ausflug machen wir heute. Ein Tag im Leben im Bayou Barb geht ganze fünf Stunden. Der schönste Tag meines Lebens. Ihr zwei könnt eure Geistertour genießen. Wir werden anfangen zu ermitteln. Bayou Barb ist doch kein Geist. Sie ist ein gruseliges Gemisch aus Holz und Stahl und Fleisch. Haben Sie den Song nicht gehört? Kinder, achten nicht auf den Text. Wir bringen euch ein hübsches Andenken mit. Mann, unglaublich, dass zwei sehr erwachsene Menschen darauf reinfallen. Wie wollen wir den Schwindel beweisen? Pst! Kinder, ich musste euch einfach belauschen, während ich so getan habe, als würde ich fegen. Ihr zwei seid also von der ungläubigen Sorte. Ja, logisch. Bayou Barb ist echt. Ich habe sie mit meinen eigenen Glubschern gesehen. Oh, wirklich? Und wo war das? Tief im Bayou. Ihr müsst am kaputten Golfkarte links gehen und dann auf die drei Zeichen achten, dass sie in der Nähe ist. Der Geruch von Waffeln, eine Spur aus Ahornsirup und Abdrücke eines alten Waffeleisens. Hier, nehmt die Karte. Kostet nur 14 Dollar. Das merken wir uns am kaputten Golfkarte links gehen. Wir kaufen die nicht. Dann kauf das. Ein Bayou Barb Premium T-Shirt kostet nur 39 Dollar. Nein, vielen Dank. Wie ihr möchtet. Viel Glück und sterbt nicht. Halt, was? Ist nur ein guter Rat. Man sagt, dass Bayou Barb von diesem Postamt aus mal einen Brief abgeschickt hat. So kam es, dass ich mir mit dem Premierminister von Saskatchewan ein Taxi geteilt habe. Ist das sowas wie ein Präsident? Ja und nein. Wisst ihr... Wartet, riecht ihr auch, was ich rieche? Ich weiß nicht. Es riecht irgendwie nach... Waffeln! Wie die komische Frau gesagt hat. Los, geht da lang. Ahornsirup! Äh, Moment, okay? Wir wissen nicht, ob es Ahornsirup ist. Dann koste. Was? Ich leck ja wohl nicht irgendeine klebrige Substanz vom Boden. Ach, Menschen. Es ist Ahornsirup. Das beweist nur, dass die Leute hier verschwenderisch mit Ahornsirup umgehen. Ich glaube, er kommt von dem Hügel. Komm schon! Abdrücke eines alten Waffeleisens. Die hat die komische Frau auch erwähnt. Tja, vielleicht gibt es hier flugunfähige Vögel, deren Füße wie Waffeleisen aussehen. Verschwindet aus meinem Bein! Verschwindet aus meinem Bein! Augenblick, ich kenn die Stimme. Kommt schon. Verschwindet aus meinem Bein! Verschwindet aus meinem Bein! Verschwindet aus meinem Bein! Oh, Mist!